Ja, in diesem Zusammenhang herzlich willkommen, liebe Freunde, auch auf YouTube zu unserer heutigen Aufnahme-Session. Es blitzelt hier gerade so ein bisschen weiß. Seht ihr das da draußen? Das sind die Zuschauer gerade. Das seid ihr! So in etwa. Ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben das dritte Kapitel abgeschlossen, war meine ich letztes Mal. Ist schon ein paar Tage her, dass wir zuletzt Final Fantasy aufgenommen haben. Wir haben ja immer so Intervall-mäßig Subnautica, Final Fantasy und so weiter, wisst ihr ja. Und sind jetzt mittlerweile im Kapitel 4 angekommen, wo wir alles vorbereitet haben, mithilfe von Togli ein Konzert zu geben, um die Menschen von Spira wieder zu vereinen, damit der politische Zwiespalt in dieser Welt wieder ein kleines bisschen abflacht. Wer kennt das nicht? Irgendwo zwei Länder bekriegen sich oder zwei Lager und es gibt erstmal ein dickes Konzert für alle. Gut, ja, ich denke mal, wir müssen jetzt hier runter. Ich will aber dennoch einmal kurz schauen. Das sind die Türsteher scheinbar. Mussten wir noch irgendwas anderes einstellen? Ich bin ehrlich gesagt gerade ziemlich überfragt. Oh, ich kann trotzdem durchgehen. Ich kann Ihnen was sagen. Noch kein Eintritt erlaubt? Warten wir, wenn Chef auftaucht. Wahrscheinlich kann ich nur nach oben fahren, weil ich denke mal, wir werden das Konzert von unserem Luftschiff ausführen. Na gut, dann let's go, würde ich sagen. Mit wem müssen wir denn hier reden? Hallo, jetzt haben wir noch mal stehen. Hey, wir brachten Leute aus Neuevon und der Youth League. Sie sind alle außerhalb, in der Konzerts. Okay. Hey, uh, the crowd is acting kind of funny. Let me pull the video up. I wie fern komisch? Uh-oh, this could get messy. No kidding, the two groups have been bumping heads since they got on the airship. Yeah, looks like they're itching to start something. I'll pick up the audio. The Yevanites are here too? How am I supposed to enjoy the concert with them stinking up the air? Hey, you Youth League dogs will never be worthy of hearing the High Summoner sing. If the Praetor were here, he'd never let these maggots walk around spouting their nonsense. What I want to know is, where'd Nuge go? It's his fault that Spear is falling apart. What kind of leader abandons his people when they need him most? All right, man, we're in the room. Don't they ever stop? Seriously? Well, Yuna, you're the one who wanted to do something. Yeah, but... Right? Hm. So let's do something. Right, let's do it! Ah, and immer wieder ein bisschen Musik. Ah, ist was schön. Tolly. Oh, katastrophische Katastrophe. Dear me, dear me. What a whatever should I do. The spectators are making a spectacle. I don't even want to spekulieren. Please, do something, Yuna. Leave it to us. Na, kann ja nix mehr schief gehen. Wenn selbst der Showmaster's nicht mehr hinbekommt. Yuna, wir sind auf dich. Ähm, das Konzert beginnend. Ich glaube, nicht so weit. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas anderes machen können. Deswegen würde ich sagen, komm, let's go, Konzert beginn. Die Leute warten ja schon. Haben ja schließlich für ihre Tickets nix bezahlt. Also von daher. Y. R. P. Ready? Let's do it! Ist irgendwie schon süß. So, und ich sag schon mal gleich, während des Konzerts selbst bin ich natürlich ruhig. Keine Frage. Da will man ja nicht zwischenreden. Dun, 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 dun. One thousand years ago, before the time of Sin, Spira was torn in two, divided by a terrible war. Das war Spira's großartige Fehler. Aus dem Rift, von diesem schrecklichen Konflikten, der Sin wurde nötig. In nur zwei kurze Jahre, Spira hat seine Unabhängige Vergangen. Wir haben weitergezogen. Jetzt, Spira wird es noch stärker sein, mit jedem Tag passender. Das Licht ist unsere Kraft. Ich will nicht sehen, dass sie es verschwinden. Du? Es gibt so viele von uns, alle mit verschiedenen Ideen und verschiedenen Verhältnissen. Natürlich, wir manchmal nicht zufrieden, und die Argumente werden. Aber unsere Herz kann und sollte immer sein. Ist das normal? Das ist das, was diese Song ist. Und das ist das, was sie zufrieden. Ich weiß, dass du schlafst, die Dinge verbreitest. Ich weiß, dass du schlafst, die Dinge verbreitest. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war doch mal ein sehr schönes Lied, würde ich sagen Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass sie es erklärt But that doesn't explain why it happened When I asked, he said, I'm only a kid I'm just a kid, bitte So ungefähr kann man das tun, let's go Okay, nochmal ganz kurz eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, ich meine, da draußen standen, weiß ich nicht, vielleicht so 100, 150 Leute Und wir haben komplett, und wir haben komplett versammelt, also das komplette Land besteht scheinbar nur aus 150 Leuten Das nur mal so by the way, okay, der Chocobo da unten geht mir ein bisschen auf den Pinsel Und was wollte ich noch sagen, ja gut, dass ich natürlich, dass es Fehlfunktionen gibt, sich unser Kostümspheroid in die Projizierung des Ganzen hier einhackt und dadurch irgendwelche komischen Halluzinationen hier rumverspüren Und warum, warum sind hier zwei Chocoboos? Nee, die Juna-Stillzeit wird ja ewig anhalten, nicht? Ja, so etwas sauriges, wie es dem Ball wieder fallen ist, wird doch nicht mehr geschehen, oder? Natürlich nicht Warum, warum ist der Chocobo hier? Ähm, äh, okay Wir gehen mal wieder rum Erstmal Maschine rum Hatten wir beim letzten Mal denn schon die Kisten dort rausgeholt? Ich meine ja, aber, äh, wie ich schon gesagt, die letzte Aufnahmesession ist schon zwei, drei Tage her Deswegen schauen wir doch nochmal und selbstverständlich sind wir hier gründlich gewesen So, wie wir das natürlich auch von uns kennen, um einfach mal im Plural zu sprechen So, auf die Brücke Außendecks sind gerade blockiert, die werden jetzt gerade gewischt von den High Pellows Und, wichtig, einmal speichern zwischendurch Das hat ganze zwei Prozent ausgemacht, nice Ähm, Mai Chen Ich frag gar nicht, ich frag gar nicht Es war eine großartige Melodie, Frau Juna Die Anleger waren alle ziemlich entzündet Wenn es die Spirit bringt, sogar ein bisschen, dann bin ich glücklich Ich glaube, es soll Indeed, ich glaube, es soll Wie Sie singen, nicht eine Person kann helfen, aber zu verstehen die Folle der Tiresome Schwabbeln Fists, once raised in Anger, became Welcoming Hands, Offering Solace zu einem Tearvolle Nachbarn Ich muss sagen, dass ich auch meine Tearvolle nachgebracht habe, als Lenn sah Ich komme zu sehen, dass Lenn sah Lenn? Würdest du es hören? Ja, sag uns Woher zu beginnen? Okay, eine Geschichte Ein paar Kilometer Jahre lang, Lenn war eine Populistin in Zanakkant The talk of the town, you might say In a more peaceful age, she might have lived out her years as a performer But the times and her talents did not allow such a thing to be You see, Lenn's gift for singing was matched by her genius in the summoner's arts When the Machina war began, all summoners were sent to the front lines Okay, so war also beides Zanakkant wurde spritlessly outnumbered, Lenn knew, she would not return home alive Nonetheless, she was prepared to lay down her life to protect her people However, there was one person who refused to let Lenn die Yes, he would do anything to save her He was a young man, Lenn's lover Shouyan? I don't know, his name has been lost to history Whatever his name, the youth struggled to steal the enemy's machina weapon and save Lenn However, it didn't go well The lovers met a truly tragic end Those images we all witnessed are most certainly a record of their last moments Woher er noch näher ranfährt, dann könnten wir bald die Nasenhaare sehen So, dass er, ähm, kein Lebendiger mehr ist, wissen wir ja Lenn was Lenn's lover And so that means the weapon that he tried to steal to save her must have been, um... Vagnagon, right? I think I can kinda understand how he felt Trying so hard to save someone Two years ago, I was the same Trying to find some way, some way to save you That was enough Knowing that you were on my side I'll always be grateful to you Maybe Lenn felt the same way The man she loved, he struggled to save her He fought till his very last breath for her I think that Lenn's final words might have been happy ones I love you Oh, und sowas von der pein, das ist ja süß Yes, there is a connection But wait Everything is all wrong He never heard The one person she wanted to tell, he never heard her words What do you know, it's LeBlanc's game They want to see Yuna I'll have them waiting in the engine room Alles klar, gut, dann müssen wir also in die engine room als nächstes Gut, können wir hier nur mit den Leuten vielleicht noch mal kurz quatschen Die LeBlanc-Wandel, sollen wir sie ignorieren? Naja, besser nicht Vielleicht haben die was rausgefunden Nur uns gesagt, war richtig spitze Ja, danke, danke Die wichtigsten Dinge werden meistens nicht verstanden Ich weiß aber, ich will mir das nicht eingestehen Wie tiefgründig Pain sein kann, das ist ja... Ich bin entzückt Ich musste mich daran erinnern, was vor zwei Jahren geschehen ist Ich war in der richtigen Häususe Oh, ich bin süß So Was haben wir hier? Hm? Es sieht aus wie eine Transmission, aber es ist ziemlich weich Was ist? Hm, ich bekomme Signale von der Com-Sperie, die wir in die Hälfte gebrochen haben Aber ich sehe nicht, dass es sich verbunden ist Du versuchst meine Patience Huch, ich wäre gekommen Enough, little boy Move aside See, it connected Inconceivable Impressive Machina An invention like this could change the world Whoever came up with this is a genius He's got good taste Hehehehe Guess I'm a genius too, for fixing it Anybody home? Gippo I don't think he can hear us No response Zumindest wissen wir, dass er noch lebt Some genius Und Nude scheinbar auch Nude If you're done playing, let's go Chill out Lost your nerve Hey, we're talking about Vegnagon How the heck do you fight that thing? We can't even walk up to it without freaking it out Or making it mad But I've got a plan If it doesn't work Death will be my apology Whatever man, when a Deathseeker dies, that's no apology What about LeBlanc What about LeBlanc Well, she It's not my fault What a piece of junk Forget it, I'll go ask him myself Was will sie machen, das Loch springen? What about the Gullwings? I think that we should help out Nude But first I want to try talking to Shu Yen I have to tell him how Len felt I'm sure he'll understand How? We can't exactly make an appointment Oh, that's true We'll just have to jump into one of those holes Together, this time Roger Gullwings We move out Celsius Full speed the hay Lass mir die Leute jetzt hier einfach Die sind ja sehr nett Also, hinfahren ja, aber zurück geht's nicht Also, auf geht's Okay, und damit Kapitel 4 abgeschlossen War ein sehr, sehr kurzes Kapitel Und wir kommen jetzt ins fünfte und damit, glaube ich, letzte Kapitel Okay, wir haben natürlich wieder Monster-Geschichten-Bonus Wo ich aber noch keine Ahnung von habe, wie man sie abrufen kann Bisschen speichern Ja, ist immer eine gute Idee Und dann schauen wir mal, wie's weiter geht's Wir sollen also jetzt in eins der Löcher springen Begnigan's definitely bothering me But there are other things we need to worry about too Look at Spira, it's a total mess Shall we go check things out? I don't know if we have time Well, let's play it by ear Way to take control Call wings Roundup It's strategy time Wenn sie lange genug da oben stehen, verkühlen die sich doch Okay, wir fahren selbstverständlich erstmal wieder Dann runter in den Maschinenraum Denn wir müssen wieder Kisten aufmachen Wir sind in einem neuen Kapitel Also, alles hat wieder schön resetet So, wir haben hier 7 Eil-Heilmittel Und noch 4 X-Potions Auch gut Acht Phönix-Federn Und in Kisten Nummer 4 verwirren sich 4 Turbo-Ather Nehmen wir alles gerne mit Dann schauen wir noch einmal in den Quartieren vorbei Bevor wir dann auf die Brücke gehen Wobei ich nicht glaube, dass es hier irgendwas nennenswertes gibt Moment mal, das ist die Brücke Ich bin falsch abgebogen So Sieht ja alles gleich aus hier Da ist noch dieses Chocobo Von dem, ich weiß nicht warum Vielleicht können wir noch mal ein bisschen was verkaufen Wenn wir schon mal hier sind Ähm, HP plus 60% Ist ja immer ganz nice Der Stromjuwel, das kann auf jeden Fall weg Die größte Notsituation hast aus Eine Glasbrische können wir verkaufen Anhaltender Shell Hier, sowas kommt mal weg Anhaltender Protest behalte ich nochmal Anhaltender Reflekt Das brauche ich nicht Anhaltender Regener brauche ich auch nicht Den Olympicaggs verfügbar Das behalte ich Kann sofort gerannt werden Monster Schreck Monsterreif Tamasen Seele Gift-Shokker Den brauche ich nicht Ja hier, sowas kann sie uns wegen commu weg Der Näshring Aber hier habe ich sogar 3 Stück Wahnsinn Ist ja geistert tot Wobei ich bin Das hätt es eigentlich behalten können Sterneamoled verhindert Gift also diese bronzen sachen die kann ich eigentlich weg tun erinnert gift und schlaf habe ich das nicht schon das glas brosche und glas band alles da gewichtsschaden den baue ich jetzt nicht vielleicht noch wovon ich darf ich zu viel habe im moment eigentlich in ordnung die sortieren aber noch kurz immer wenn herr brüderchen sorge hat kommt er hier her und redet mit mr schenk also dieses loch fielen war niemand in der lage ihn zu trösten ja mr schenk der hat halt für alles ein rat offensichtlich wie können wir bitte von einem vogel überholt werden weiter ist dann hier erstmal nichts dann können wir auch auf die brücke gehen we know vegna gunn is in the deepest reaches of the far plane the only way in is to jump into one of those holes yeah but which one there's one in besaid one in kilika and one in jose temple don't forget the calm lands the cave at the bottom of the gorge and the hole that vegna gun opened up in the bevel underground so which one do we jump into ja welches loch sollen wir nehmen ist eigentlich relativ egal glaube ich nehmen wir was mit schon schief gehen wir könnten nebenbei auch den ärger uns im spiel beseitigen das werden wir sowieso machen we got a message from the state a little while ago okay looks like lulu finally had her baby let's go see them there's a message from kilika to apparently things are getting a little messy more bickering sort of now it looks like they're bickering over the fact that all the menschen halt gut aktive verbindungen aktive verbindungen ja natürlich es gibt einfach überall jetzt aktive verbindungen kein problem donnersteppe macalane jawohl komm auch noch wüste bikanel jawohl komm im well auch hoch mit anderen worten wir haben überall aktive verbindungen außer in bevel und in der stillen ebene läuft würde ich sagen und uns aber gleich an ich noch mal mit den leuten zu ende quatschen ähm ne komm das machen wir mal als letztes ich glaube wenn wir da runter springen kommen wir so schnell nicht wieder zurück warum ist das die letzte mission wisst ihr was wir fangen erstmal mit dem spherophon netzwerk an das ist doch viel wichtiger ich weiß das mögt ihr alle nicht so gerne ich bin selber ein bisschen langweilig aber mal schauen was so funktioniert ist das Kommst du her? Der beachtet uns überhaupt nicht. Ach komm, was soll's. Na komm, ich geh mal ganz zurück. Wir haben momentan so viele aktive Verbindungen. Wahrscheinlich muss ich da sowieso erst was machen. Gut, dann schauen wir doch mal. Ist alles... Wow, Josie, vier Sterne? Da noch Steppe, zwei Sterne. Hier sind zwei. Bikaner, fünf Sterne, was? Zwei, eins. Ja, wir fangen mal mit B-Said an, weil Babys sind ja immer was Tolles, ne? Lulus Baby ist geboren. Lulus und Walkers Baby ist auf die Welt gekommen. Ob der Name schon feststeht? Schaut doch mal nach. Ja, klar. Die anderen sind nicht mitgekommen. Ich war schon nicht alleine hier. Aber ein kleiner Junge. Dann schauen wir doch mal nach, was es für einer geworden ist. Warum biegt denn da vorne ein? Ein Sphärophon. Okay, kann ich nichts mehr machen. Warum ist ja eigentlich keiner in der Stadt? Oder, jak kann ich das? Ur,ıkulida. Guck his hands. They're so tiny. What do you think? He's cute, ja? Good thing you don't look like me. Don't be silly. Look, he's got your mouth. Ja, du denkst du? Ja, du denkst du? Ja, du denkst du? Uh, uh... Hm, ich denke, dass die Verlangen wird, bevor Wacca erinnerst. Na gut, du besser entscheiden. Ja, du denkst du schnell. Ja, du denkst, ja? Nämlich mein Vater, ist meine erste wichtigste Entscheidung als Kind. Bekommen ein guter Vater, braucht intensiv emotionalen Vorbereitung, ja? Wie lange planst du dich vorbereiten? Bis, äh, meine Vorbereitungen sind fertig, ja? Aha. Solltest du normalerweise schon längst erledigt haben, aber... ...so mal am Rande erwähnt. So, da ist sie. Ich will, dass er entscheidet, auch wenn es etwas dauern sollte. Das ist aber sehr lieb von dir, liebe Lulu. So, jetzt ist der alte Mann. Die gucken uns noch mal hier ein bisschen um. Aber ich glaube, allzu viel Neues wird es hier nicht geben. Gut, da haben wir natürlich das Spherophon wieder drin. Äh, Suchspheroid meine ich. Ja, das können wir ja schon gehen, dann ist er weg. Das war sowieso die größte Enttäuschung schlechthin. Achso, wir dürfen ja jetzt hier rein. Da waren auch noch ein paar Kisten drin gewesen. Und ich erinnere mich, dass hier Monster drin waren. Aha. Drei Magiequellen. Hier ist nix. Soll sie ich runterfahren? Ja, komm. Gucken kostet nix. Der Fahrrad ist jetzt nicht mehr da. Wenn wir jetzt hier reingehen, springen wir dann automatisch in das Loch? Ne, oder? Da. Ich hab ein bisschen Angst. Ne, tun wir nicht. Sehr gut. Aber wie gesagt, das will ich ja erst zum späteren Zeitpunkt machen, wenn wir hier soweit auf der Oberfläche fertig sind. Aber dass wir nicht angegriffen werden, ist interessant. Hätte ich nicht gedacht. Wahrscheinlich jetzt, dadurch, dass wir Verfahrt erledigt haben, sind die Monster halt weg. Das macht natürlich schon Sinn. Gibt es hier keine Mission, die wir noch erfüllen können? Natürlich, jetzt ist hier wieder alles voll mit Leuten. Und ich hab keine Ahnung, warum das Pherophon auf einmal jetzt hier liegt. Ah, Walker sitzt jetzt da drüben. Warte ich mal noch mit ihm. Bis die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Um ein guter Vater zu werden, muss man sich da massiv seelisch drauf vorbereiten. Ja, du hattest neun Monate Zeit. Minimum. Very good, Daddy. So, hier bei dir im Haus ist natürlich nichts. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal ein bisschen, was es hier auf der Insel noch spannendes Neues gibt. Vielleicht sind hier ja auch die Truhen respawnd. Und möglicherweise finden wir dann trotzdem nochmal eine Quest. 70% haben wir mittlerweile erreicht. Und hier sind einfach wieder Monster. Och, der süße Morbull wieder. Mal wieder ins Kampfsystem reinkommen. Der ist einfach zu, wird sterben. Ich mag den Morbull. Ich habe es schon öfter gesagt und ich sage es gerne noch weitere Male. Ich stehe dazu. Auch ein Morbul braucht Freunde. Apropos Freunde. Ich weiß, das hängt zwar überhaupt nicht zusammen, aber ich gucke jetzt mal, wie weit sind wir denn mit den Abilities im Moment. Wir lernen mit der Juna gerade die Ultima-Sandalen. Alles klar. Die Riku ist immer noch bei ihrem Äther, wobei wir da jetzt im letzten Viertel sind. Endlich, dann nach 5 Millionen Jahren. Und hier bekommen wir, hatte ich ja gedacht, eine Turbo Äther, die es wahrscheinlich 800 Punkte braucht. Und die Pain, Weißmagier, Max Vita ist auch fast fertig. Schön. Wie diese Sphäroiden, ähm, oder diese kleinen Sphärofone einfach noch so aus Protest hier liegen. So, hier ist die unten, ist auch wieder da. Wichtiges Item, Abenteuer erhalten. Moment mal, was ist das? Was, 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 was ist das? Abenteuer. Hier. Floral, floral, übersteigt das Schadensnimmit. Das heißt, wir können mit unseren Spezialkostümen also auch über das Maximum an Schaden verursachen. Interessant. So, auch Oberschul kein Problem. Ich finde es interessant, dass der Suchsphäroid noch ausschlägt, obwohl wir die Quest schon längst beendet haben. Aber hey. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt wieder dorthin gehen, wo wir damals die Kostümpalette gefunden haben? Ist die Kiste jetzt wieder zu und wir finden noch was Neues oder ist sie generell geöffnet? Ich vermute mal Letzteres, aber wir können ja mal nachschauen. Am Strand gab es höchstwahrscheinlich nichts weiter. Und wir müssen auf jeden Fall nochmal in die Wüste gehen, um den Kaktor abzugeben. Nicht abgeben, überhaupt mal rauszufinden, wo der Nächste ist. Ich glaube, war das der, mit dem ich mich gespoilert habe. Ich glaube, das war der, mit dem ich mich gespoilert habe, wo ich letztes Mal was zu erzählt habe. Dann glaube ich, weiß ich, welcher das gewesen ist, der als nächstes kommt. Glaub ich. Oh, McClemm. Tschüss. Hat mich gefreut. Oh, ist auch eine Quest. Mehr oder weniger. Williges Item Spheroid eines Kameraden erhalten. Ein Blitzball. Ein Blitzball. Ist er tot? Praktisch stärker. Gottes Willen. Das ist ein sehr spezieller Abschiedsgut gewesen. Oh Gott. Next time we meet, let's blitz, yeah? Yeah. Show us the shot again sometime. Slackers to the very end. Irgendwie mag ich ja den McClemm, ne? Und ich glaube, er mag sie auch alle. Auch wenn er immer so hart tut und, hey, ihr seid Schlappschwänze und ihr könnt nix und so weiter. Aber in Wahrheit mag ich sie alle. Gut, dann schauen wir auf dem Rückweg dort nochmal kurz in der Höhle vorbei, weil eine Kiste ist dort Minimum. Und wie gesagt, für die andere gucken wir mal, ob die möglicherweise auch wieder da ist. Mit den Blitzballspielern rede ich jetzt mal nicht, weil ich glaube, die werden, wenn überhaupt, dann sowieso nur Mumpits für uns haben. Und dann ist das mal wie gesagt. Ich glaube, das ist eine Kiste. Und ich glaube, das ist ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist ja so viel gut. Ich glaube, das ist alles. Und ich glaube, das ist das beste. Okay. Ich glaube, das ist ja so. Und ich Picke. Und dann know, dass wir das jetzt mal nicht sagen. Vielen Dank.